Und, jojojo, was geht ab? J-Let's Play am Start. Wir haben hier einen Special Guest. Hallo. Ja, hi. Er hat sich schon verraten, Mann, ja, ist Sandra Markovic. Was geht ab? Sag Hallo. Hallo. Ähm, ja, wir spielen heute mit Sandra Markovic und wir sind schon hier. Ey, Hilfe. Die obere Pfeiltaste drückt, Mensch. Ja, der kann doch nicht mit der Switch spielen. Du bist beim Teammate. Wo bist du? Da hinten. Ja, er spielt auf meinem Account, auf der Switch. Switch, ja. Auf der Switch. Hier, hinter mir, ja. Nein, das bin ich, Junge. Hier ist ein Gegner. Ich bin, ich bin. Hier, bitte. Und hier, bitte. Ja, ähm. Wir, das ist heute die vierte Folge dieser Serie, Survival Games Serie. Und, ähm, äh, ihr könnt auch mal in die Kommentare schreiben, welche Serie ich jetzt zu Ende bringen soll. Hier ist ein Gegner. Ist mir egal. Äh, welche Serie ich zu Ende bringen soll. Sky Wars, Battle Area oder, äh, Survival Games. Weil die Schule fängt bald wieder an. Und da hab ich nicht so viel Zeit. Also, muss ich eine erst mal zu Ende bringen. Und dann mach ich die nächste. Ähm, wenn ihr es nicht in die Kommentare schreibt, würd ich es einfach nach Support machen. Also, wär's dann Sky Wars, weil Sky Wars habt ihr am heftigsten bis jetzt gefeiert. und dann mach ich halt die Sky Wars Serie zu Ende. Ich hab hier noch Stuff für dich. Brauchst du das vielleicht? Hier, Goldschuhe, Goldschuhe, ja, Goldschuhe. Aber verzauberte Goldschuhe, bitte. Schön. Das ist eine bessere Rüstung als ich. Ich brauch nur einen Helm. Hast du einen Helm? Nö. Nö. Sehr gut. Ich hab nicht mal, ich hab nix essen. Ich hab nix essen. Geht's dir gut? Geht's dir gut? Was? Diaku? Das war auf Hive, mein Junge. Wir spielen hier auf Cubecraft. Nicht auf Hive. Weil auf Hive hab ich einmal gespielt. Das war vor einem Jahr, Alter. Was? Hilfe! 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 Hilfe, ich komme! Lauf weg, lauf weg! Ich bin tot. Nein, ich... Oh Gott, ich werd attackiert, Junge, ich bin tot. Ich bin als erstes tot. Ich bin als erstes tot. Ansage. Ich bin tot. Ich bin als erstes tot. Bist du auch tot? Lebst du noch? Nicht? Okay. Nächste Runde! Ja! Wir freuen uns! Ich glaub, da oben seh ich dich. Ich weiß nicht, ne. Ach so. Hier unten? Ach hier, bist du gestorben? Ist da ein Fallschaden gestorben, du Noob? Nein, Digga, der hat mich nicht mehr geborgen, die Appetit. Der hat mich runtergeborgen, so gut. Der hat mich nicht mehr geabtetet. Ach, Chef. Wie dieses Zor, Mario. Ja, ich hab das schon alles erklärt. Hast du's nicht angeguckt? Ich nehm Gladiator, nehm du... Nehm du, äh, Dings. Oh, komm, komm, komm in meine Arme, komm in meine Arme. Hier da nicht hin. Warum? Ja, dann... Ne, du bist schon 30. Danke. Ne, wir sind beide elf. Ah, du bist so... Alter, ungünstig. Ungünstig? Warum? Oh, ich bin hinter dir, komm in meine Arme. Ja, bitte. Nö. Ja, wir sind so behindert. Wir sind so behindert, Alter. Hörst du dich? Ich hab gar keine... Oh Gott! Ich hab gar keine... Oh, geklatscht! Ich hatte gar keine Rüstung. Da ist irgendwas, pass auf, Digga, Uten! Huuu! Der hat ein Schwert, Jessen. Ja, Manni! Du hast kein Schwert? Junge, ich hab Schärfe 1 Schwert. Eisenschwert. Junge, der hat gar keine Rüstung. Oh, scheiße. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Er ist tot, er ist tot, er ist tot. Let's go, JD! Ich freu mich drauf, Digga. Let's go, Sandra! Hörst du dich? Hörst du dich nicht vermogen? Nee. Guckt auf jeden Fall bei Sandra Markowitsch vorbei. Ja, das ist ein cooles Spiel. Ja, du... Du hast... Du hast das letzte Mal irgendwie so ein Human-Spiel gemacht, ne? Junge, direkt... Ah, das kommt nicht mehr raus. Ich hab das durchgeschwitzt, ich hab ja keinen Bock mehr. Digga, einfach eine Stunde geht das Video. Ja, das geht, das geht, das geht, das geht, das geht, das ist geil. Ja. Mattel, brauchst du Hilfe? Nee. Mattel, brauchst du Hilfe? Ja. Komm, nimm noch ein... Nimm noch ein Glas Wasser. Ich hab ein. Ich hab ein. Du hast ein Glas Wasser? Das ist ein Glas Wasser? Äh, wie? Äh, wie? Niemand ist meine Ausschüge. Ja, pech. Äh, ja. Bist du tot? Nein. Du hast ihn gekillt. Alter, was du mal... Sandra! Oh moin. Oh scheiße. Äh, der Border. Oh, der Border. Ey, Reiter, oh ne, oh ne, oh ne, oh ne, ganz falsch, oh ne. Oh, das ist ja. Das ist so gut. Ja. Ja. Das ist fein. Samal. Samal. Hilft dir auch. Hilfe, ich brauch wirklich... Ich brauch wirklich... Du hast ihn... Oh mein Gott, was ist... Oh. Warum redst du weg, du? Digga, die... Die hat ein Holzschwert, dein scheiß Ernst? Digga, ich bin in deine Ecke gegangen. Ich wurde angeklemmt. Angeklemmt? Eingeklemmt. Okay. Ja. Ja, das ist ein scheiß Holzschwert. Ja, aber trotzdem schaffte drei, sieben, angefangen. Woher willst du das wissen, Alter? Gehackt? Ja, Digga. Ich kenne es auch schon nicht. Oh ja. Oh ne. Das ist Copyright. Halt's Maul. Ach so. Albo Copy, na du, wo. Ja, ist das Copyright? Nee, nee. Alles, was du singst, ist Copyright. Ja, Alter, einfach halt dein Maul einfach. Einfach dein Maul halten. Ich will nicht ein Strike kassieren wegen dir, ne? Scheiße. Ein Strike, ein Strieke. Ja, scheiß Ernst? Bei drei Strikes wird ein scheiß Kanal gebannt. Schwere Angelegenheit, keine Ahnung. Das war Herobrine, Alter. Digga, sind das die Backrooms oder so? Ey, Jen, guck mal bei mir. Jen, schau mal. Ich kann grad nicht gucken. Ich bin in den Backrooms. Ach so, wer ist denn wirklich in den Backrooms? Ich bin schon in den Backrooms. Ich bin schon in den Backrooms. Ja, Liga, einfach Maul. Hä? Einfach Maul. Junge. Das ist einfach orange in der Raum mit, äh, mit Redstone-Fackeln. Okay, dritte Runde, let's go. Let's go. Ja, ich nimm den Gladiator, oder? Ja. Ich nimm den. Nee, nee, ich hab den Gladiator. Ach, egal. Ach so, meine Damen und Herren. Nein, scheiß drauf, Alter. Das Kid ist geil. Junge, nein, nimm Gladiator. Das gibt den Eisenschwert. Ach so, ich hab nen Stein. Nee, ein Steiner? Stein. Stein. Kieselstein. Nein, okay. Nein, lote doch Kisten. Jo, du hast eh 20 Sekunden, Dings. Overpowered. Gewählt. Overpowered. Junge, es wird overpowered gewählt und du rennst weg? Ja. Stark. Ey, ich hab noch abgelehnt. Was ist das? Ja, die ganze Musik so. Junge, sind das Loren? Ist hier unter uns ne scheiß Mien-Schacht? Ey, ich bin ich. Ich hab ihn, ich hab ihn. Digga, ich glaube, du hast mich ins Völkchen gekündert. Nee, das war der Gegner hinter dir. Oh, Digga, ich will Schmerzen. Der Gegner. Wo, wo, wo? So. Okay, äh, Goldapfel fressen einfach. Scheiße, ja, Pech. Hier, ich geb den der Enderperle. Nein. Das war ein Steck. Das ist ein Gewinnsteck. Nein, bitte. Da oben sitze. Hol sie dir. Da gibt's nicht mehr zu. Oh Gott, er kommt, er kommt. Ich hab direkt Heilung. Ich hab low ground, glaub ich. Ich hab direkt Heilung. Komm her, ich hab direkt Heilung. Ja, egal. Lass auf den gehen. Hinter dir. Ja, ich geh auf ihn. Hinter dir. Oh mein Gott, ich hab ihn. Ich hab ihn, ich hab ihn. Komm zu mir, komm zu mir runter. Nee, ich würde den jetzt. Hilfe. Ja, mein ich glaube. Ja, hast du Pech. Ich hab aber ne goldene Winx. Ich hab ihn doch. Komm her, komm her. Ich hab Staff für dich, komm her. Ich hab nicht, ich hab Gott dafür. Komm her, ich hab Staff. Der hat sogar bessere Sachen als ich. Komm, ich hab Staff hier. Guck, nimm alles. Einfach alles. Ich hab, ich hab das sogar bessere. Hier, nimm einfach alles. Kein Bock. Okay. Ich hab auch direkt Heilung jetzt. Okay. Ich brauch noch einen Bogen. Hat der denn einen Bogen? Ich hab keine Pfeile. 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 Äh, hier ist noch einer. Der ist uns gerade überrannt. Wo? Hinten? Da, den hier. Achso. Wo sind die ja schon? Komm her. Äh, äh. Werf die Enderperle. Doch, da hinten. Die ist nackt. Werf die Enderperle. Ich hab die geworfen. Ja, die hat keine Rüstung gehabt. Digga, der Typ hat bessere Rüstung. Mein Gott weiß ja. Ja, aber die andere nicht. Guck die andere an. Die rennt hier in den Kreis. Käsi. Oh ja. Oh ja. Oh. Oh Gott, von hinten. Ja, der gibt mir den Bogen. Ja, geh von hinten. Geh von hinten. Geh auf ihn drauf. Hinter dir. Hinter dir. Geh auf ihn drauf. Er hat richtig Falschaden gestiert. Geh hinter dir. Ich bin tot. Hab ihn. Ich hab ihn. Ich bin tot. Ich hab ihn. Ich bin voll dir. Ja, loot hier. Mach mir das zum Schwerpunkt. Ja, loot den Staffel einfach. Hier ist eine Eisenbrustplatte für dich. Hier, bitte. Sie liegt vor dir. Bitte. Die ist da, die ist da, die ist da. Kannst du mich schützen? Äh, bei dir ist niemand. Ich geh auf einen drauf hier. Ich bin full dir, mein Bro. Ey, ich bin tot. Wie? Bei mir ist mal jemand Hilfe. Was hat er denn für eine Rüstung? Keine Ahnung, ich gucke nicht nach hinten. Doch, greif ihn an. Bist du voll, bist du voll? Nein. Geh drauf einfach, geh drauf. Ich kann ihn leider nicht helfen. Let's go. Sandra. Ich hab einen gekillt. Nein, ich hab einen gekillt. Hatte der full dir? Hinter dir, hinter mir. Achso, von oben. Hinter mir? Nein, nicht hinter dir. Komm her. Mehr, der. Warte. Ich kann dir auch noch Stuff geben. Welche Rüstung bist du full dir? Äh, im Namen. Ich brauche noch Fuhr. Ach, schade. Ich gebe dir. Hier, verzauberte Brustplatte. Ist da. Ja, hab ich dir schon getroppt. Darum ist der letzte. Der hat keine Diarrüstung. Also doch, aber. Der hat nicht full. Komm hoch, komm hoch mit mir. Ja, egal. Auah. Er hat mit dem Bogen abgeschossen. Ja, der ist so tot. Der ist tot. Nee, er lebt noch. Ich gehe hinterher. Ich bin einfach hinterher gesprungen. Jawohl. Ja. Das ist noch eine Runde. Komm hoch. Vierte Runde. Let's go. Äh, fünf Runden? Ja. Das geht ja schnell eigentlich. Mami, das ist ja genau. Nicht so wie bei Sky Wars. Einfach eine Runde mega 100 Jahre gedauert. Halt's Maul jetzt. Nein, Junge. Halt einfach deine Presse mit den Zocken. Bitte. Oh mein Gott. Ich mache so zusammen. Ja, schön. Hello. Black man. Nee, ich gehe nicht. Was? Nein. Geh doch in die Mitte. Du hast 20 Sekunden Schutzzeit. Junge, vor dem hätte ich Angst, Alter. Siehst du den einen mit diesem Grusel-Skin, Alter? Oh mein Gott. Der hat so einen heftigen Grusel-Skin. Ich gehe jetzt zu dir. Äh, nö. Ich töte den Schlaf hier. Äh, äh. Äh, äh, ich habe mein... Äh. Egal. Ich habe mein Fleisch gedroppt. Aber ich habe ja eh... Ach, egal. Papa. Papa, 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 Papa. Hinter dir, Matthä. Was? Ah! Sass. Deine Hose ist nass. Hier, hier, hier. Ich habe keine Brüste. Ja, Junge, der ist aber noch nackter. Ja. Der sieht mich auch nicht. Der lootet die Kiste grad. Und tot. Und tot. Und tot. Ne, ich konnte... Ich, äh... Das ist nur ein Holzschwert, Alter. Der ist so tot. Hab ihn. Hab ihn. Hab ihn. Oh Gott, ich bin runtergefallen. Ich bin gleich tot. Hier unten ist einer mit Diarüstung. Ich bin tot. Ja, kein weg. Weg. Huuu. Nichts mehr? Nein. Drei Herzen noch. Ah! Ja, wo bist du denn, Alter? Ich komme so schnell, ich kann aber... Ja, ja, dann renn mal ein bisschen schneller. Ich renne wieder zu der Treppe. Rennst du zu mir? Ja, ich versuche. Hier ist noch ein Gegner. Äh, nein. Ich bin hinter dir. Ich bin hier. Oh Gott. Hier ist meine... Hab ihn gerettet? Oh Gott, ich muss wieder weg. Ja. Ja. Ich hab ihn... Ich hab dich gerettet. Ich hab dich gerettet. Ach so. Du lebst doch noch. Du bist auf der Welt. Soll ich dich wachschlagen oder was? Ey, du hast ein Ei gemacht. Uh, ein Ei gelegt. Oh. Nee, nicht schlagen. Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Nein, bitte nicht. Ich kill dich, kill dich, kill dich. Für dich. Für dich. Für dich. Komm schon. Stirb. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn gekehlt. Nicht Popoloch sagen. Das ist gemein. Ey. Jetzt wird mein Video gesperrt schön. Da. Junge. Oh. Bitte. Blech'n Pfeil. Ich seh' dich nicht. Nee, das seh' dich nicht. Nee. Nein, ich seh' nicht. Bleibt doch. Guck mal hinter dir. Nein, ich seh' dich nicht. Wie oft noch? Okay. Okay, ich geh' dann noch zu den Macken. Hier auf der Map sind, glaube ich, keine Bandwurfs. Bäm, 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 bäm. Komm, mach' ein bisschen Stimmung, Alter, wenn ich die jetzt rasiere, die Leute. Komm, geht's down. Ja, hab ihn. Oha, was hat der für Stuff? Ey, hier, das ist ein Rund. Ja, da kann ich leider nicht gucken. Weil der Minecraft-Towns... Oh, die Border! Weil der Minecraft-Towns so laut ist. Was ist? Ja, schön, ich kann nicht gucken. Ich bin echt tot, Mann. Ich bin tot jetzt. Nein, Junge, weil du mich so nervst. Hör doch einfach auf. Junge, hör, einfach deine Fresse halten. Alter. Mann, dieser scheiß Microsch-Sound. Ja, wenn du da runterspringst, kannst du nicht runterspringen. So, letzte Runde, Leute. Was, TNT? Nee, die Automatik. Was? Junge, was? Laberst du? Haben wir uns verzählt? Oder ist das jetzt die letzte Runde, ne? Das ist die letzte. Das ist die letzte, Junge. Ich gebe dir gleich eine Respekt-Challe, ne? Junge, warum? Ja, Junge, soll ich gleich mal was anderes machen? Aber dann ist es tabu mit hier. Junge, dann bist du richtig am Arsch. Nö. Äh, bei mir ist ein Gegner. Ich bin tot, Gigi. Kuss raus. Ja. Doch, ich bin tot. Ich überrasse dich. Oh. Oh Gott. Jetzt aber. Jetzt bin ich die Feinde. Ich bin tot. Ein Herz. Nein. Et mal verfeuern, oh Christ. Ich sehe dich nicht. Ich sehe dich nicht. Hier ist einer. Ey, du kannst einen Kill holen. Die ist afkar hier. Am Start steht die hier. Die ist afkar. Ja, sicher. Sicher, du musst einfach nur in die Mitte rennen. Ich sehe dich. Ja, renn in die Mitte. Guck da, siehst du den Namen? Ah doch. Die ist afkader. Käse, Käse. Dün, 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 dün. Wie das aussieht. Dün, 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 dün. Matzei. Matzei lootet Kissen in der Mitte. Matzei. Und da sehe ich einen Pfeil rumschweben, Wo geht der Pfeil hin? Man weiß es nicht. Matei lootet immer noch die Kisten. Matei ist ein bisschen überfordert von diesem Kistensystem. Jetzt kommt ein Kick da um die Ecke. Matei, kämpf einfach. Kämpf einfach. Die hat mich auch gekillt. Komm einfach. GG. Okay, Matei, komm. Komm mit meinen Armen. Nein. Ja, das war auch die letzte Runde. Komm, in die Mitte. Ich sehe da einen Pfeil. Komm in die Mitte bei den Kisten. Bei den Kisten. Bei den Kisten, komm. Nimm deinen Pfeil in die Hand. Hier steht er einfach. Wir machen hier einen Screenshot mit dem. So. Leute, das war es mit dieser Survival Games Folge. Die vierte von dieser Serie. Ich würde mich bedanken, wenn ihr ein Abo da lässt. Bro, was macht der Typ? FidgetSpinner. Frogg macht FidgetSpinner. Schaut bei Sandra Markowitsch vorbei. Teilt das Video gern mit euren Freunden. Schreibt einen Tipps oder einen netten Kommentar in die Kommentare. Dann würde ich sagen... Tschüss. Matei sagt auch Tschüss. Ohhoho, derzeit das Video zur galleries, nicht in Tempo,